Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin momentan bei 58.000 US-Dollar. Wir hatten die letzten Tage wieder mal ein bisschen Pump and Dump. Es sind aber auch ein, zwei Trades getriggert worden. Die werden wir uns auf jeden Fall anschauen, auch wie wir jetzt weiter vorgehen. Wir haben ein paar Hedge-Trades offen, also auch da gibt es wieder neue Möglichkeiten. Und ja, wir haben jetzt schon Donnerstag, das heißt das Wochenende kommt immer näher. Wir haben möglicherweise auch heute nochmal ein bisschen mehr Bewegung für einen erneuten Dump oder möglicherweise sogar einen neuen Pump. Das schauen wir uns alles an, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende auf jeden Fall dran. Wir werden auf Ethereum, auf Gold, DAX etc. pp. schauen. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video gerne einen Like da, abonnen den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Gruppe reinscheuen, die ich hier gerade nicht öffnen kann, weil hier irgendwie mal wieder ein Anzeigefehler ist, aber gut, es ist bei dieser Web-Version oft. Link dazu unten in der Videobeschreibung und wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr das Ganze traden könnt, was wir hier alles besprechen oder auch Spot kaufen wollt, Staking betreiben wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Damit unterstützt ihr mich und ihr könnt dabei gleichzeitig noch ein bisschen Boni abgreifen. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 58.000 US-Dollar. Wir hatten die letzten ein, zwei Tage ordentlich Bewegung bekommen. Ich habe es in die Telegram-Gruppe auch nochmal reingepostet, dass ein Trade ja getriggert wurde. Der wurde dann, da habe ich dann geschrieben in die Gruppe Stop-Loss Entry plus Profite nehmen. Daraufhin, das war glaube ich der Short-Trade, den wir hier besprochen haben, bei 55.700 US-Dollar. Daraufhin gab es einen extremen Pump nach oben bis auf knapp 58.000 US-Dollar. Und gestern dann eben aufgrund der Inflationsdaten, die relativ, oder die Kernrate, sagen wir jetzt einfach mal, die genauso wie prognostiziert war, gab es dann erstmal ein kleines Dump-Event, bevor wir dann das wieder nach oben hin gepumpt sind. Nur jetzt gilt es ein bisschen vorsichtig zu sein, weil wir jetzt durch diesen Pump heute Nacht jetzt erstmal eine kleine Divergenz haben bzw. eine größere Divergenz hier auf dem 1-Stunden-Timeframe. Plus, Volumen geht langsam zurück. Also erste kleine Vorsicht, die wir hier walten lassen müssen. Gleiches Spiel auch auf dem 4-Stunden-Timeframe, auch hier eine Barrister-Vergents, höhere Hochs im Chart. Wir haben hier nur positiverweise einen 4-Stunden-Close über dem letzten Top hier drüben bekommen. Das ist das einzige Positive. Trotzdem, die Divergenz ist nicht zu unterschätzen, vor allem mit der Volatilität der letzten Tage auf jeden Fall. Das heißt für mich persönlich, ich gehe eher davon aus, dass wir uns hier nochmal diesen Preisbereich hier unten holen werden, diese 55.500. Erstens, weil wir hier auf 1-Stunden-Timeframe nochmal eine Divergenz haben und weil das Golden Pocket hier unten auch noch sehr, sehr interessant ist bei 54.800 US-Dollar. Das heißt, vielleicht nochmal kurz runter, bevor wir dann einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Ich bin immer noch der Meinung, auch wenn manche jetzt schon wieder ein bisschen symbolischer geworden sind, dass wir immer noch diesen Wicke unten holen. 48 bis 44K ist immer noch so meine große Spot-Einkaufszone. Ansonsten würde ich jetzt erstmal so ein Ding nach dem anderen machen. Ihr habt es gesehen, gestern in der Gruppe war ich ein bisschen aktiver. Auch wenn es mir nicht gut geht, mir geht es immer noch nicht gut, aber egal. Dass ich gestern ein, zwei Trades gemacht habe. Ich bin hier momentan auch wieder Short. Das ist aber jetzt kein Signal oder Sonstiges. Das ist jetzt einfach eigenes Ding, weil ich hier beides momentan offen habe. Long und Short. Sollte jemand Short hier reingehen wollen, ich würde es ganz ehrlich jetzt momentan nicht machen. Risiko zu hoch. Muss der Stop-Loss wahrscheinlich hier oben bei 60.300 US-Dollar liegen. Die Divergenz ist schon ganz geil. Muss man schon sagen, auf einem 1- und 4-Stunden-Timefilm, die kann schon was hergeben. Wer es ein bisschen risikoumbewusster möchte, kann auch den Stop-Loss hier oben hinlegen bei 59.300 US-Dollar. Wir haben bei 2% Risk momentan. Müsst ihr selber wissen, ich bin wie gesagt Long und Short. Das heißt, ich habe hier kein wirkliches Verlustrisiko. Für alle, die jetzt noch rein möchten, wäre das hier das risikoreichere Setup. Ansonsten hier locker über 60.300. Wären wir auch bei 4%. Das finde ich schon wieder sehr, sehr happig. Trotzdem, für den heutigen Tag kommen auch nochmal ein paar News aus den USA. Das übliche, was so am Donnerstag so meistens kommt. Arbeitslosenzahlen etc. müsste, glaube ich, heute auch kommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber egal. Ansonsten, das wäre jetzt so momentan mein Primärszenario. Runter bis auf maximal 54.800 bzw. 54.600 ins Golden Pocket und von hier aus dann neuen Anlauf nach oben in Richtung 60k möglicherweise zu starten, um nochmal wirklich die letzten Shorts in diesem Bereich hier oben zu killen und dann deutlich nach unten hin zu fallen. Also ich bleibe bei 48 bis 44k, bleibe ich weiterhin. Der Rest wird sich zeigen. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es da aus? Da hat sich im Endeffekt jetzt nicht wirklich viel getan. Vier Stunden Timefirm, schauen wir uns mal an. Wir haben weiterhin nicht diese Tiefstil geholt. Das stört mich immer noch extrem. Charttechnisch muss man aber auch mal vergleichen. So Bitcoin und Ethereum, kaum Bewegung bei Ethereum. Während Bitcoin momentan eher so ein kleines Pump-and-Dump-Ding durchzieht. Also auch hier bleibe ich dabei. Wäre bestes Szenario hier runter in Richtung 2060 bzw. 2100 US-Tonnel. Das ist einerseits die Spotzone, das ist aber andererseits auch die Longzone, die für mich interessant ist. Könnte theoretisch eintreffen. Sollten wir diesen Weg jetzt hier runterfahren mit dem Abverkauf bei Bitcoin bis 54 oder 555. Dass wir dann auch bei Ethereum im Endeffekt dann diesen Weg nach unten hin sehen. Und dann beides getriggert wird. Nur mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es da aus? Wir haben momentan zwei Positionen offen. Das ist einerseits die Short-Position, das ist andererseits die Long-Position. Die Short-Position könnte aber sein, dass die jetzt dann im Laufe der nächsten Stunden dann möglicherweise hier oben ausgestoppt wird. Schauen wir mal, was da jetzt noch zustande kommt. Sehr, sehr lange Konsolidierungsphase. Die Long-Position von hier unten läuft noch. Wir haben zwei Take-Profits bei Gold genommen. Den dritten würde ich dann aber erst hier oben so bei 2540, 2550 nehmen. Da warten wir jetzt mal noch ab. Aber es kann wie gesagt sein, dass unser Short heute noch ausgestoppt wird. Die nächste Möglichkeit wäre dann meiner Meinung nach, wenn wir das jetzt einfach mal ein bisschen hier hochziehen. Nächster Short so bei 2533 beziehungsweise dann sogar noch ein bisschen höher. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das dann wieder sehr, sehr impulsiv wird und so von jetzt auf gleich einfach so ein Push nach oben hinkommt und dann wieder der nächste Abverkauf, weil die Konsolidierung hier bei Gold schon sehr, sehr lange ist beziehungsweise sehr, sehr fortschreitend ist und keine wirkliche Abverkaufsrichtung reinkommen möchte. Aber gut, wir sind Long und Short. Das heißt, es kann uns jetzt hier erst einmal völlig wurscht sein, wo der Trade hingeht. So, gehen wir noch rüber zum DAX. Hier auch kleine Änderungen beziehungsweise hat sich hier ein bisschen was getan. Es wurde nämlich unsere Long-Position getriggert. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt, einerseits hier diese grüne Box, das war die Long-Position Stop-Loss hier unten bei 18.100. Ne, warte, das sollte unter diesen Ding. So, bei 18.090 Punkten. Long müsste jetzt auch schon Take-Profit 1 erreicht haben. Gestern 18.450 Punkte erreicht. Noch im Futures-Handel bei Bingings, also das passt relativ gut momentan. Also hier läuft Short und Long. Jetzt kommt es erst einmal darauf an. Zweiter Take-Profit, 18.650 Punkte. Also möchte ich hier oben hier beim 0,5er mindestens haben. Und dann entscheiden wir auch, ob wir unsere Short-Position verdoppeln. Das heißt, auch hier sind jetzt zwei Trades offen, wo wir in beide Richtungen Möglichkeiten haben. Und erst einmal komplett entspannt das ganze Ding laufen lassen können. Genauso wie bei Gold. So etwas liebe ich halt. Beide Positionen laufen. Wir können in beide Richtungen Profit nehmen. Wir können die Position ein bisschen aufbauen, beziehungsweise wieder verdoppeln. Jetzt haben wir hier alle Freiheiten. Das liebe ich eben so, wenn man so Hedge-Trades macht. Das heißt, hier Long läuft. Short von hier oben läuft auch noch perfekt. So, dann kommen wir mal rüber. S&P 500, da habe ich zwar keinen Trade offen, aber auch hier Erholung momentan. Wir haben die Lücke hier unten noch nicht gefüllt. Das heißt, die Ineffizienz bauen hier aber schon wieder ein neues, höheres Hoch aus. Beziehungsweise ein höheres Zwischenhoch. Das heißt, Korrekturpotenzial ist hier wahrscheinlich jetzt erst einmal deutlich geringer geworden, was auch die Märkte natürlich dann eher nach oben zieht. Trotzdem, ihr seht es hier selber, wir sind gerade hier am Golden Pocket. Ein kleiner Rücksetzer ist hier nochmal drin, um nochmal Liquidität einzusammeln, bevor wir dann möglicherweise eine Trendwende dann wieder nach oben hin schaffen beim S&P 500. So, und jetzt last but not least Euro gegenüber dem US-Dollar. Was läuft da momentan? Seht ihr auch, wir haben unsere Long-Zone erreicht. Das heißt, wir haben drei Take-Profits mittlerweile beim Euro gegenüber US-Dollar Short, den wir hier oben eingegangen sind. Oder hier? Hier. Hier war die Short-Position. So, dann Long-Position wurde jetzt hier unten getriggert. Leider gestern schon den ersten Take-Profit verpasst, knapp, aber egal, kann auch kommen. Erster Take-Profit würde ich dann hier oben bei allen Euro 10, 7 gegenüber US-Dollar legen. Also das ist so erstmal der nächste Plan. Wer jetzt noch nicht Long hier ist, beziehungsweise weil ich das Signal noch nicht richtig durchgegeben habe, jetzt im Endeffekt habe ich jetzt den gleichen Entry wie ich, weil wir hier wieder genau da sind, wo ich gestern reingegangen bin. Ansonsten abwarten. Ihr müsst nicht rein, ihr könnt reingehen. Wie gesagt, wir haben eine Short-Position, für alle zumindest, die eine Short-Position offen haben, würde ich das Ding machen, weil es könnte ein guter oder relativ guter Free-Trade werden. Das heißt, sobald wir hier oben sind, dann auch Stop-Loss-Entry-Profite nehmen und dann irgendwann werden wir die Position von der Short-Position dann irgendwann verdoppeln. Ja, ansonsten, das war jetzt erstmal so grob, was jetzt passiert ist, wo die letzten Tage ist. Läuft relativ gut. Wie gesagt, Bitcoin tue ich mir momentan noch ein bisschen schwer, so einzuschätzen, was Trade-Technisch das ist. Gestern habe ich schon mal ein bisschen rumgedruckt, das ging ganz gut. Trotzdem muss man hier etwas aufpassen. Ansonsten gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr? Bullish, bearish? Denkt ihr, wir erreichen heute noch im Laufe des Tages diese 555 bzw. 548? Schreibt es uns in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Ich werde mich jetzt weiter ausruhen. Video war jetzt einfach mal für mein Gewissen, dass ich auch mal wieder was gemacht habe. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich dann morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.